Herzlich Willkommen, Bastian Barbocker. Wir haben ja gemeinsam vor, ein Buch zu machen, was mich sehr freut und wo ich hoffe, dass das klappt. Und jetzt wollte ich dich einfach erstmal fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, selbst ein Buch herauszugeben? Die Idee habe ich schon lange oder ich wurde auch schon öfter gefragt, aber ich habe mich dagegen gewehrt meistens, weil ich dachte, alles, was ich zu sagen hätte, wurde schon mal besser aufgeschrieben. Und nach ein paar Gesprächen, da habe ich aber auch gemerkt, dass ich vielleicht doch Dinge verbinde, die so noch nicht verbunden sind. Also damit meine ich Themen oder Erfahrungen. Und dann wuchs die Idee, dass es doch von Wert sein könnte, so innere und äußere Natürlichkeit zu verbinden, weil das eine Kombination ist, die ich eigentlich sehr spannend finde, weil sie auch authentisch ist, was ich geforscht habe oder was ich gelebt habe. Ja, und dann merkte ich, es gibt auch schon viel, was ich geschrieben habe und was vielleicht auch schön zusammen geht. Und dann habe ich noch jemanden gefunden, der sich das auch vorstellen konnte mitzumachen, nämlich dich. Und dann fühlte es sich an wie, ja, das könnte ich machen oder wir. Du erwähnst schon deine Arbeit, die du bisher getan hast oder auch in vergangenen Zeiten, wie auch immer. Magst du das kurz darstellen? Also ich glaube, auf der Homepage steht Wildnispädagoge. Was verbirgt sich dahinter? Also ein Wildnispädagoge hat eigentlich das Ziel, Menschen mit der Natur zu verbinden, mit sich selber und mit der Gemeinschaft, in der diese Person lebt. Also es ist keine klassische Bildung, wo jemand ganz viel Informationen aufsammeln soll, sondern es ist die Frage, wie könnten Menschen verbundener sich fühlen? Und der Schlüssel dazu sind indigene Techniken, die mit dem Wildnisleben zu tun haben. Vogelsprache, Korbflechten, Feuer machen, Spuren lesen, Kräuter kennen, Kräuter verarbeiten und noch vieles, vieles mehr. Und über diese Techniken, die uralt sind und die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie wir früher zusammengelebt haben, dazu muss man wissen, dass wir zu 96 Prozent unserer Geschichte als Jäger und Sammler gelebt haben. Auch wenn das weit weg wirkt, sind wir dazu gemacht. Und das ist die Arbeit eines Wildnispädagogen in meiner Definition jedenfalls. Über diese Techniken und die Frage, wie lebe ich eigentlich im Wald? Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit zu sich und Verbundenheit zur Gemeinschaft zu erschaffen. Und vielleicht noch als letzter Aspekt oder als ein weiterer Aspekt die Frage, wie haben wir eigentlich in die Gehen zusammengelebt? Also wir haben einen Korb und wir haben eine Schüssel gemacht und wir haben einen Kanu unten zu Hause. Dann kommen ja die nächsten Fragen, nämlich wie organisieren wir uns? Wie reden wir miteinander? Wie leben wir als Gruppe zusammen? Und für mich ist das fast der spannendere Teil, obwohl ich den anderen auch super spannend finde, nämlich die große Frage, wie leben wir denn zusammen? Und wie leben wir so zusammen, dass überhaupt alle Feuer machen und Körbeflechten und Pflanzen bestimmen und sammeln wollen oder können in dem besten Maß, in dem sie es könnten? Und da sind wir ganz schnell bei ganz großen Themen. Nämlich, wie kann jeder in seiner Kraft leben? Was braucht er dafür? Wie funktioniert es? Ja, also in einer ganz kleinen Nussschale ist das Wildnispädagogik. Du hast auch selbst in der Wildnis gelebt. beschreibst du in deinem Buch einige Kapitel. Was hast du daraus für dein Leben für Schlüsse gezogen? Oder was konntest du davon für dein heutiges Leben, was ja eigentlich ganz anders ist wie in der Wildnis leben, trotzdem daraus mitnehmen? Oder? Also, ganz anders, ja und nein. Das ist interessant. Also, es ist eine tolle Frage, weil es wirkt ganz anders, aber ich glaube, viele Sachen sind gar nicht so anders. Also, in der Familie zum Beispiel Leben hat ganz viel mit Kommunikation und Zusammenleben zu tun. Aber klar, ich lebe gerade in einem Haus. Was habe ich da gelernt? Vielleicht nur die wichtigsten Punkte. Also, Kontrolle, der Mensch kann nur bedingt Kontrolle aufs Leben ausüben. Der zivilisierte Mensch versucht ganz viel Kontrolle auszuüben, das scheitert aber kläglich. Und anpassen ist der größte Survival-Skill. Also, wer sich anpassen kann, wer mitgehen kann. Ich zitiere gerne Bruce Lee, Be like water, my friend. Also, das wissen auch Leute, die nichts mit der Wildnis zu tun haben. Wer sich mit Natur beschäftigt, also auch mit Musik vielleicht, mit anderen Körpern, der weiß, dass man sich anpassen muss, wenn man gut zurechtkommen will. Also, großer Punkt ist Anpassung. Nächster Punkt ist Komfort finden. Also, in der Wildnis oder auch im Leben geht es darum, Komfort zu finden, komfortabel zu sein, sich wohl zu fühlen. Es gibt oft dieses Ding, ich kämpfe mich durch die Natur, ich habe ein Jahr lang durchgeboxt und jetzt bin ich endlich wieder zurück, wo es gut ist. Wenn wir so gelebt hätten, wären wir nicht hier. Also, die Frage ist immer, wie kann ich mich so anpassen, dass es mir gut geht. Und das ist auf dem Seegeboot, nicht anders als im Wald. So, und das ist ein zweiter riesengroßer Punkt. Und der nächste große Punkt ist, glaube ich, eine Art von Demut und Respekt vorm Leben. Also, erstens weiß ich nur ganz wenig. Zweitens brauche ich andere Menschen, damit es mir gut geht. Und drittens brauche ich die Natur, damit ich überhaupt leben kann. Und wenn ich das alles verkörpere und leben kann, dann bin ich auf einem guten Weg. Und wenn ich in Dankbarkeit so viel nehme von der Natur, wie ich bekommen kann und so viel, das noch für andere übrig bleibt, dann habe ich echt viel erreicht. Und davon, von den Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, würde ich sagen, dass ganz viele von denen auch in meinem alltäglichen Leben gelten. Das Buch soll ja die äußere Natur, aber auch die innere Natur des Menschen zum Thema haben. Wie würdest du jetzt diese beiden Welten definieren? Oder was ist für dich die äußere Natur und was ist die innere Natur? Also, wahrscheinlich ist es wahnsinnig schwierig, die ganz klar voneinander abzutrennen. Aber ich kann nur aus meinem Erfahrungsschatz sprechen. Ich habe mich ganz viel mit diesen Dingen da draußen in der Natur beschäftigt und viele Monate oder Jahre im Wald gelebt und merkte dabei aber, dass wer ich bin, eine ganz große Rolle darin spielt, wie ich da draußen bin. Also, wer ich bin, was meine Persönlichkeitsstruktur ist, was meine Muster sind, meine Verhaltensweisen, wird in der Wildnis ganz schnell klar. Weil die Leute kennen mich da gut und ich bin auch mal in Stresssituationen und wenn Stress aufkommt, dann zeigen sich ja gerne auch Verhaltensweisen, die sonst nicht so deutlich vorkommen. Und dann wurde mir klar, dass wenn ich sozusagen Schwierigkeiten habe mit Situationen, dann bekomme ich auch Schwierigkeiten im Wildnisleben da draußen. Und dann wurde die Spurensuche nach den Tieren oder nach Pflanzen, eine Spurensuche nach wie kann ich denn hier draußen mich in diese Natur einpassen. Und deswegen sage ich so Natürlichkeit, weil die Leute da draußen, also Pflanzen und Tiere, Elemente und Steine, sind ja alle sehr im Augenblick und meistens wissen sie sehr, wer sie sind und was sie zu geben haben. Also, der Baum, je nachdem wer er ist, weiß seine Eigenschaften und gibt sie voll und ganz. Ja, manche Tiere lügen auch oder verstellen sich, aber das ist dann auch ihre Persönlichkeit. Und irgendwie mit in diesem Umfeld kommt ganz schnell bei mir die Frage auf, ja, wer bin ich eigentlich? Also, die Natur wirft die Frage zurück. Guck mal, wir sind hier alle die und die, also wir sind das Wasser, wir sind die Sterne, wir sind der Mond, wir haben unsere Aufgabe, wir machen die. Aber wer bist denn du eigentlich? Und das ist keine direkte Frage, sondern für mich ist das so eine, wie so eine, so eine ganz, die Frage kommt einfach. Nicht, weil jemand mich fragt, sondern weil alle anderen einfach tun, wer sie sind. Und da beginnt dann für mich sozusagen der Sprung in die andere Welt, meine innere Natur. Mit der Frage, ja, wer bin ich? Wer bin ich außerhalb meiner angewohnten Verhaltensweisen und Gewohnheiten? Wer bin ich im Kern? Und dann ist so die Frage, dieser Kern, den würde ich als Natur bezeichnen, meine innere Natur. Und ja, da kommen die Welten dann zusammen für mich. Also, die Natur klopft an, wer bist denn du? Um mich zu fragen, ja, geh doch mal los und schau mal bei dir. Wer bist du eigentlich? Ja, das ist interessant. Also, wie die beiden Welten hängen zusammen. Was ist für dich das, ja, das, was sie vereint? Das bist dann du selbst oder bin ich selbst, was die beiden Welten vereint? Oder gibt es noch andere Dinge, wo das sichtbar wird, wie das Innere und das Äußere zusammenwirken? Also, schon in mir, aber ich glaube, dass ich werde ja immer nur am besten sichtbar in Beziehung mit anderen. Also, und dann wird es, glaube ich, mit am sichtbarsten, in dem, in den Interaktionen mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, mit meiner Gemeinschaft, wird sichtbar, wie ich oder wer ich bin. Also, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du wissen willst, wer jemand ist, dann schau nicht auf ihn, sondern schau auf seine Beziehungen. Schau, mit welchen Leuten er zusammen ist. Schau, wie er lebt. Und deswegen glaube ich dann, dass diese, diese Schnittstelle zwischen beiden Welten zeigt sich eigentlich in den Beziehungen, die eine Person führt und wie sie sie führt. Viel mehr als diese Person direkt zu beobachten, würde ich sagen. Und auch, wie sie sich in der Natur verhält. Also, wie sie mit gewissen Situationen umgeht. Weil, wenn dann wieder die Natur anklopft, hier bin ich, also hier bin ich bei minus 40 Grad, hier bin ich bei Hunger. Und dann fragt sie ja auch wieder, wer, wer bist du? Und wie verhältst du dich dann in Korrespondenz zu mir? Und ich, ich denke, da ist so eine Schnittstelle, wo die beiden Welten sichtbar werden. Du hast dich ja jetzt lange, die letzte Zeit, mit dem Corona-Komplex auch beschäftigt. Wohin gehört diese Auseinandersetzung mit dem Virus für dich? Ist das die innere Welt oder die äußere Welt? Beides. Also, zuerst war es für mich Wildnispädagogik 1.0. In einer Notsituation handel niemals in Panik oder behalte die Ruhe. Die ersten Monate waren sozusagen grundlegendes wildnispädagogisches Survival-Wissen. Also, du handelst immer in Ruhe und du musst wissen, um welche Gefahr es wirklich geht und um welche Notsituation du wirklich bist. Und auch wenn diese Notsituation extrem groß sein würde, handelst du trotzdem in Ruhe. Also, das weiß auch jeder Notarzt. Deswegen, die erste Zeit war eindeutig grundlagendes Survival-Wissen. Also, was sind die Prioritäten, worum muss ich mich kümmern und handle in Ruhe. Und dann wurde es immer mehr so, dass ich merkte, okay, also, das ist schon mal nicht erfüllt. Und dann ist die zweite Frage, warum handeln die Menschen anders? Und dann würde ich sagen, sind wir in der zweiten Welt. Mit der Frage, ja, also, warum verhält sich eine Gruppe, wie sie sich verhält? Auf wen hört sie? Auf wen hört sie nicht? Da sind wir bei indigenen Kommunikationsformen. Der Minderheit wird manchmal oder sogar öfters mehr Gewicht zugeschrieben als der Mehrheit. Weil es gibt indigene Kulturen, die sagen, die Minderheit merkt zuerst, wenn etwas schiefläuft, nicht die Mehrheit. Weil die Mehrheit denkt ja, weil sie in der Mehrheit ist, sie hat recht. Und wenn man das weiß und vielleicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte beobachtet hat, müsste man sich ja darum kümmern, dass man dieses Protokoll einbaut. Und es ging dann weiter mit, ja, ganz normalen, also, tieferen Sachen, die nichts mehr mit Wildnispädagogik zu tun haben, sondern mit meiner Erfahrung aus der Gefühls- und Körperarbeit. Nämlich, warum Menschen gerne Verantwortung an andere abgeben und wann sie das lernen. Warum Menschen Autoritäten mehr vertrauen als sich selber. Warum Menschen Angst haben, warum sie überhaupt Angst haben. Warum sie gerne Angst, anderen Dingen zuschreiben, als vielleicht sich den Dingen zuzuwenden, die ihnen mal Angst gemacht haben. Also, ein Virus ist eine super Projektionsfläche für alles. Wenn ich Klaustrophobie habe, wenn ich soziale Ängste habe, alles, es kann alles dahin gehen. Und so schwappte es eher rüber in die Gefühls- und Körperarbeit, zu merken, dass sozusagen wahnsinnig viel, was unbewusst ist, darf jetzt hochkommen und zeigt sich jetzt. Genau, wird jetzt sichtbar. Was von diesen deinen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren spiegelt sich auch in deinem Buch wieder? Also, ist jetzt das Buch hauptsächlich auch diese Erfahrung oder ist das Schwergewicht die Erfahrung aus der Wildnis und aus deinem Vorleben? Ich würde sagen, ist so 70-30 oder so. Also, das ist ein großer Batzen, ist dieses Leben im Wald eigentlich. Und überhaupt die Begegnung mit der Natur und die Begegnung mit mir. Und da ist, würde ich sagen, ist der größere Teil. Und dann kommt ein Teil, der war auch vor Corona schon präsent, dieses Wie leben wir zusammen? Wer bin ich eigentlich? Corona-unabhängig. Und das Buch soll auch, also sollte auch nie, es sollen da dringend Dinge drinstehen, die weit über Corona hinausgehen, weil Corona wirft Fragen auf, die vorher da waren und die uns immer begleiten werden. Und deswegen sind natürlich auch Sachen drin, in dem Buch geht es ja zum Beispiel ums große Gesetz des Friedens. Das ist tausende von Jahren alt. Und darin hätte Corona Platz sozusagen als ein Teilelement, aber es ist eine größere Frage. Und in dem Buch geht es auch um Projektion oder um Zugehörigkeit. Gerade ein riesengroßes Thema. Und deswegen kann man zwar Corona damit verbinden, aber grundsätzlich die Prozesse, die drunter laufen, die sind themenunabhängig, würde ich sagen. Ja, das ist sehr schön. Also das Buch ist sozusagen allgemeingültig. Also es ist nicht jetzt auf eine spezielle Situation gemünzt, sondern es behandelt eigentlich Fragen, die viel größer sind als wir selbst und auch das, was uns gerade sozusagen bewegt. Ja, es war jetzt einfach nur so ein Moment zu merken, dass es so laut wird, dass wir auf gewisse Dinge gesellschaftlich keine Antworten haben, die uns was bringen, dass ich dann doch mal dachte, ja, vielleicht ist es doch noch wertvoll, mal zusammenzuschreiben, wie ich es erlebt habe. Weil ich glaube, dass sozusagen der Ruf nach, wie wollen wir das jetzt, wir wollen jetzt zusammenleben, wie wollen wir uns jetzt organisieren? Nachdem, weil Krisen sind ja oft eigentlich so ein Test auf System. Also wenn eine Familie, egal wer, wie reagiert das System auf eine Krise? Und wie es dann reagiert, ist ja ein Praxistest. Und ich glaube, dieser Praxistest ist nicht so besonders gut ausgefallen oder gut, ist eine Definitionssache, aber er zeigt viel auf, was wir noch brauchen, glaube ich. Und da hat es einfach nochmal angeklopft, bei mir zu sagen, vielleicht macht es doch nochmal Sinn aufzuschreiben, was für Lehren da im indigenen Leben stecken zum Beispiel, die uns einfach weiterhelfen könnten. Vielleicht müssen wir da für die Zuhörerleser nochmal unterscheiden. Also ich verstehe dich so, denn mein Anliegen ist nicht, dass wir jetzt zurückgehen, wieder im Wald leben und auch nicht, dass wir das glorifizieren, sozusagen wie es früher war, sondern wir sind ja moderne Menschen und wir müssen auch mit den Techniken und mit allem, was es jetzt gibt, umgehen können. Aber wir können wahnsinnig viel daraus lernen, wenn wir uns diese, wie du beschrieben hast, Dinge anschauen und sie dann aber auch unser jetziges, modernes, heutiges Leben anwenden. Ich sage auch, wir sind moderne Menschen, aber unsere Grundbedürfnisse nach Clan, nach Natur, nach Familie, nach Beziehung sind immer noch die gleichen. Das ist für mich auch jetzt nichts Schlimmes. Aber nee, ich wurde oft gefragt, ob ich zurück in den Wald will. Nein, ich lebe ja zum Beispiel auch nicht im Wald. Ich habe mich auch entschieden, hier zu leben. Aber ich mache mal ein Beispiel. Der Redekreis. Indigene Menschen, also an vielen Orten der Welt, haben irgendwann mal gedacht, es ist sinnvoll, wenn man sich in einen Kreis setzt. Jeder darf was zu einem Thema sagen, jeder wird gehört und dann hoffen sie, dass daraus was herauskommt, was der Gemeinschaft dient. Muss keine Lösung sein. Kann auch nur sein, dass es gut ist, weil alle mal was erzählt haben. Diesen Redekreis, muss ich ja nicht im Wald machen. Ich kann, das ist sozusagen die Idee eines Redekreises. Die nehme ich mit Dank und Respekt und schaue, wo sie wirklich herkommt und klaue sie nicht einfach. Und dann schaue ich mir, was kann ich mit diesem Werkzeug hier bei mir machen. Und dann nehme ich es mit in die Schule. Das wird auch alles schon gemacht. Dann nehme ich es ins Gefängnis. Dann nehme ich es mit in die Therapie. Vielleicht nehme ich es ja irgendwann mal mit in die Politik und denke mir, es wäre gut, wenn jeder gehört wird und jeder was sagen kann. Und so ist es so banal, aber so kraftvoll und ist nur ein Beispiel von wirklich ganz, ganz vielen von Dingen, wo ich sage, das ist so genial, das macht heute noch totalen Sinn. Egal, wo ich sitze, ob im Wald oder im Unterrichtsraum. Das ist ein schönes Beispiel mit dem Redekreis. Wir haben uns ja kennengelernt oder ich habe dich kennengelernt über die Petition, in der du aufgerufen hast, dass man eine Sondersendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen müsste zum Corona-Thema und eben letztlich so einen Redekreis wirklich veranstaltet. Also nicht einen wie in den Talkshows, wo auch manchmal einer eingeladen wird, der so ein bisschen die Gegenposition darstellen darf. Aber eigentlich ist klar, also es ist immer ganz klar, wo sozusagen der Schwerpunkt liegt und wo man hindenken soll und was richtig ist und was eher sozusagen rechtsaußen ist. Und das war, wo ich dich dann mal kontaktiert hatte und wo wir sozusagen den Kontakt bekommen haben. Und mir sind ja sozusagen die Medien von Berufs wegen sehr am Herzen. Und was wir da feststellen, gerade Social Media, wo das eben gar nicht mehr funktioniert, dass gleichberechtigt jeder reden darf und kann, sondern da eben ganz schnell sozusagen der Lauteste wird nach oben gerankt oder der Boshafteste, weil das dann die größten Emotionen hervorruft. Und ich da durchaus auch jetzt mit diesem Buch das unterstützen möchte, sozusagen wieder einen seit vielen, vielen Jahren erprobten Weg zu gehen. Also der Mensch ist nicht jetzt erst die letzten 30 Jahre da, sondern hat schon viel Erfahrung. Und dass man sich das wieder anschaut und dann aber guckt ja, wie können wir das jetzt auf heute anwenden. Vielleicht magst du kurz oder ich weiß nicht, ob du es parat hast, den Stand unseres Buchprojektes darstellen, Crowdfunding. Also wir sind jetzt, ich habe gerade heute nochmal geguckt, glaube ich, bei 6.500 Euro ungefähr von mal geplanten 40.000, obwohl es hochgegriffen war, würde ich sagen. Es gibt aber viele Unterstützer. Ich habe heute gerade wieder eine Post bekommen, wo mir jemand Geld geschickt hat, gesagt hat, hey, hier, ich unterstütze das Buchprojekt so und mit einem Brief. Fand ich auch total nett und höre auch immer wieder, dass Leute schon interessiert sind. Trotzdem, also würde ich mich natürlich freuen, wenn sich noch ein paar Leute finden, die sagen, hey, das klingt wertvoll und wir geben, wir bestellen ein Buch vor, sodass wir einfach besser planen können und die Auflage ein bisschen höher sein kann. Genau, das ist der Stand und jetzt schauen wir einfach, was die nächsten Tage noch passiert und wir sind ja weiter im Gespräch, wie wir jetzt weitermachen. Also falls eben die 40.000 nicht zusammenkommen, wie gesagt, war sehr hochgegriffen. Wir können natürlich auch weniger Bücher drucken und haben dann trotzdem noch eine tolle Auflage. Also auch wenn wir nur 1.000 drucken, ist super, kriegt jeder ein Buch und wir können trotzdem noch welche verkaufen, hoffentlich. Genau. Also einfach auf der Startnext-Seite den Bastian und da das Projekt unterstützen oder den Bastian so Geld schicken und dann hoffen wir, dass wir dieses Buch dann im Frühjahr 2022, also diesen Jahres, veröffentlichen können. Ich finde es gut, die Dinge nochmal so auszusprechen und hoffe, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen, was da entstehen soll, was da für ein kleines Pflänzchen gerade am Wachsen ist und vielleicht spricht es Sie an, um nochmal zu gucken. Auf der Kampagnen-Seite ist ja auch ein Video, wo ich das nochmal beschreibe, dass Sie da einfach nochmal schauen gehen und schauen, ob es für Sie unterstützenswert scheint. Dann vielen Dank, Bastian Barocker. Danke fürs Interview.